Hallo, heute möchte ich gerne Hähnchen-Saté mit Erdnusssoße machen. Also es sind Hähnchenspieße quasi. So und dafür, das zeige ich erst mal, steht hier schon mein Hähnchenfleisch, Hähnchenbrust, habe ich in dünne Streifen geschnitten, also etwa so die Stärke. Und das sind vier einzelne Brüste, also solche Stücke ungefähr. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich halte es noch mal direkt. Also so längliche Streifen. So und jetzt müssen wir aber das Fleisch erst mal marinieren. In der Zwischenzeit, während das schon mal gleich mariniert, ich habe hier schon die Spieße in Wasser eingeweicht. Das ist ganz wichtig, damit man das Fleisch nachher auch abkriegt und das nicht zu trocken wird und auch raufkriegt, also auf die Spieße. So, das Erste ist, wir werden jetzt erst mal vier Esslöffel Sojasauce, ich habe hier helle Sojasauce, zufügen. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Und dann, als nächstes, brauchen wir noch mal einen Esslöffel. Und vorher brauchen wir einen Esslöffel Speisestärke. So, das sind ja wieder die Zutaten hier zu marinieren, die das Fleisch so zart dann auch machen, wenn ihr euch an mein Rindfleischgericht, mein chinesisches, erinnert. So, jetzt muss das hier alles ein bisschen vermengt werden, damit das ganze Fleisch etwas von der Marinade abkriegt. Aber das sieht schon mal gut aus. So, ich tue da noch einen Teelöffel Sambal Oleg mit rein für die Schärfe. Und als nächstes kommen da noch, ich habe das schon mal vorgearbeitet, Knoblauch durch diese Knoblauchpresse gegeben quasi. Also, ich habe zwei Zwiebelknoblauchzehen genommen oder Stücke. Die Hälfte von dem ganzen hier wird jetzt für die Marinade verbraucht, also etwa so viel. Der Rest ist nachher für die Soße, die auch gleich gemacht wird. Also, ich denke mal, es sind vier Knoblauchzehen von normalem Knoblauch. Kann man sagen. Ich nehme nur immer gerne diesen Zwiebelknoblauch, weil der ein bisschen milder ist. Ich finde den nicht ganz so streng, aber der gibt immer noch genügend Knoblauchgeschmack ab. Und man stinkt nicht so davon. Also, wenn man das gegessen hat, bilde ich mir jedenfalls ein. Vielleicht ist es auch nicht so. Ich weiß es nicht. Aber es hat sich noch keiner beschwert. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. So, das stellen wir jetzt einfach so, wie es ist, in den Kühlschrank. Das mariniert so vor sich hin. Ich lege da noch einen Teller drüber, dass es nicht austrocknet. Außerdem riecht es sonst so im Käfig, im Kühlschrank. Der Kühlschrank ist kein Käfig. So, das kommt jetzt erstmal zum Kühlen da rein und mariniert vor sich hin. In der Zwischenzeit. Ich habe noch als Beilage schon vorbereitet für nachher. Das kommt ja nachher auf unser Teller mit rauf. Kleine, feine Gurkenwürfel mit Haut. Also, die stehen hier schon mal. Zwei Portionen. Wir sind hier zu zweit. Die stelle ich erstmal zur Seite. Als nächstes machen wir jetzt die Soße. Und ich muss hier mal rüber schwenken. So, wunderbar. Vielleicht ein bisschen mehr da weg. Klasse. Und dafür brauchen wir zwei Esslöffel Pflanzenöl. Eine halbe Zwiebel, fein gehackt. Knoblauch, also den Rest, den ich da ja schon durch diese Knoblauchpresse gejagt habe quasi. Vier Esslöffel Grube Erdnussbutter. Ich habe feine genommen. Ich mag die Grube nicht so gerne. Und vier bis fünf Esslöffel Wasser. So. Und etwas Chili. Nämlich aus der Mühle noch dazu. Für die Schärfe. Okay, dann fangen wir mal an. Ich mache hier schon mal den Topf heiß. Und ich habe hier Sesamöl. Man kann aber auch Erdnussöl nehmen. Man muss nur ein bisschen aufpassen. So, was hatten wir gesagt? Wie viel? Zwei Esslöffel. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das hat irgendwie... Ja, der Siedepunkt ist nicht so... Der Siedepunkt, sagt man es. Auf jeden Fall kann der schnell qualmen, sage ich jetzt mal so. Rapsöl oder so. Rapsöl oder so kann man ja sehr stark erhitzen. Und die sind hier nicht ganz so stark. So, wo packe ich jetzt meinen Löffel hin? Dann hol ich mir mal kurz ein Becherchen. So, das lassen wir jetzt erstmal warm werden. Dann gucken wir mal, was da noch steht. Ach, ich habe noch was vergessen. Ich blöd Kopf. Wir müssen nochmal das Fleisch rausnehmen mit der Marinade. Aber das macht nichts. Der Ingwer kommt da ja noch mit rein. So was Dummes. Dann müssen wir da den Ingwer nochmal mit rein. Ich dachte, der Ingwer kommt in die Soße mit rein. Aber nein. So ein Stück Ingwer in Scheiben schneiden. Und in ganz dünne Scheiben schneiden. Und da dann mit reinmengen. Oh, jetzt fängt das hier schon an zu klein. Hilfe. Ich mach mal kurz aus. Das war das, was ich gesagt habe. Man darf es nicht zu stark erhitzen. Okay, das haben wir dann auch jetzt hier zum Marinieren. Und wieder ab in den Kühlschrank damit. Das ist der Vorführeffekt. Aber wenigstens ist es mir noch eingefallen. Was ja schon mal ganz gut ist. So. Jetzt packen wir das hier wieder auf. Und eine halbe gewürfelte Zwiebel kommt dann jetzt hier rein. Ich habe eine ganze gehackt. Den Rest tue ich mir nachher in den Kühlschrank. Für irgendein Gericht werde ich es schon verbrauchen. So, Herd wieder an. Und jetzt schmort das so ein bisschen vor sich hin. Okay, denn als nächstes kommt Knoblauch dazu. Moment. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was vorbereiten. Der Knoblauch kommt hier noch mit rein. Der Rest von eben. Also quasi eine Knoblauch. Zwiebelknolle oder zwei Zehenknoblauch. So, das war das. Das lassen wir hier ruhig noch ein bisschen vor sich hin schmoren. Kann hier ruhig ordentlich weich werden. Sonst hat man nachher zu Stückiges drin. So, ich habe hier so eine schöne Erdnussbutter gekauft. Bio. Die werden wir da gleich rein tun. Das muss man eben nebenbei mal wieder was wegpacken hier. Damit das nicht ganz so chaotisch aussieht. Wir sollen hier einen sauberen Arbeitsplatz haben. Zwiebelkopf in den Kühlschrank. Ich brauche hier mal die Zwiebelreste. Rastliche Öl kann weg. Oh, hier ist noch was drin. Das ist ganz gering. Jetzt nehmen wir doch alles mit. Zack. Ja. Und so sieht die Packung mit den Spießen aus. Die habe ich ganz normal im Supermarkt gekauft. Machen wir auch erstmal weg. Und das riecht ja immer schön, wenn Zwiebel und Knoblauch angebraten wird. Ich mag das ja sehr schön würzig. Jetzt machen wir ein bisschen Dämmiger. Zwei Esslöffel Erdnussbutter. Dann können wir eigentlich den Esslöffel vom Öl nehmen. So. Einer. Ich kriege zwar noch ein Messer. Weil das ja immer so schön klebt. Ich mache das mal ein bisschen niedriger. so lange. Ich tue da ordentlich was rein. So. Erdnussbutter schmeckt ja. Ich liebe es. Und diese schmeckt richtig lecker. Also ich habe die schon probiert. Ich habe nicht zu viel versprochen. Es lohnt sich eine gute zu kaufen. Also man sollte eigentlich so eine stückige nehmen. Ich habe jetzt diese creamy genommen. So. Ist auch schon an sich schön ölig. So. Und jetzt vier bis fünf Esslöffel Wasser. Ich nehme einen Krug mit gefilterndem Wasser. eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme noch ein bisschen mehr, weil zwei Löffel waren nicht ganz so voll. Also vier bis fünf volle Löffel. So, wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Und natürlich rühren, rühren, rühren. Das müssen wir jetzt hier ein bisschen einkochen, das Ganze. Für meinen Geschmack ist das sehr dickflüssig. Also so soll das nicht aussehen. Oder doch noch mal ein bisschen mehr Wasser rein. Soll ja eine Soße sein und nicht so eine Creme. So, das sieht für mich besser aus. Ja, ist immer noch zu dick. Entweder liegt das an der Erdnussbutter oder ist es zu sehr... Das soll ja wirklich zum Dippen sein. Also vier bis fünf Essen für Wasser, das kann man vergessen. Also muss ordentlich was rein. Das ist ein Witz. So gefällt es mir schon besser. Ja, aber noch mal wieder was rein. Ich habe das Gefühl, das verfliegt hier alles sehr schnell, die Flüssigkeit da drin. Da muss man sehr schnell mit dem Rühren sein. Ja, das sieht mir schon eher nach einer Soße aus. Das reduziert ja eh noch jetzt ein bisschen ein. Und dann ist es dann auch ein bisschen dippiger von der Konsistenz her. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Chili schon reinmachen. Diese Chilis hier sind sehr scharf. Also ich mache da ein bisschen Wasser aus der Mühle rein. Ich denke, das wird reichen. Ich habe das einmal für Chili con carne genommen und das war mega scharf. Ja, also von der Konsistenz her gefällt es mir so auf jeden Fall besser. Ich würde mal behaupten, dass ich mindestens 100 Milliliter, 200 Milliliter Wasser hier genommen habe. Aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen abgefühlt dann machen. So, das muss jetzt noch ein bisschen köcheln hier. Ich will mal probieren, wie es schmeckt. Ganz schön scharf. Uiuiui. Aber es schmeckt gut. Ui, das ist sehr, es brennt sehr nach. Einmal einen Schluck Wasser nehmen. Aber es gefällt mir gut. Also ich lasse das hier jetzt so ein bisschen, ich habe ja den Herd nur auf zwei. Ich lasse das hier so ein bisschen vor sich hin simmern. Ja, dann in der Zwischenzeit werde ich jetzt mal die Spieße schon machen. Und zwar gieße ich erstmal das Wasser ab, wo die Holzspieße hier eingelegt sind. Die sind jetzt gut durchgeweicht. Und dann lege ich mir hier so ein bisschen sauber machen. Mein Schneidebrett gleich noch hin. Die Gurken kommen jetzt hier nochmal weg. Ich nehme hier zum Ausbraten von den Spießen nehme ich jetzt gleich Rapsöl und das kann man so schön stark erhitzen und zwar ordentlich. Die werden ja schon fast so wie frittiert denn da drin. So, jetzt würde ich das Ganze mal hier aus dem Hühlschrank raus. Ja, ich glaube ich werde dazu Handschuhe tragen, wenn ich diese Spieße da mache. Jetzt habe ich das nachher alles unter den Fingernägeln, das gefällt mir nicht so gut. Okay. Ich glaube das ist eine gute Idee. So, zwischendurch immer mal gucken, was diese Soße macht. Aber die sieht gut aus. Vielleicht reicht jetzt auch auf eins. So. Das breite lege ich mir hier. Und dann nehme ich jetzt immer einfach so ein Spieß. Ich bin gespannt, wie es mir hier gelingt. Und damit das immer hier so ein bisschen in Falten drauf rapiert quasi. So. Mehr drauf. Ich vermute, dass ich gleich, wenn ich den Film schneide, die Zeitraffer brauche. Weil das hier eine langwierige Sache wird. Aber eine schöne. Also ich finde, das sieht total gut aus. Das ist dasrese gut aus. So, da bin ich wieder. Das sind jetzt die Spieße, die wir jetzt gleich ausbraten. Die hat eine schöne cremige Konsistenz. So, ich nehme das jetzt hier rüber, damit ich das besser braten kann und werde noch mal hier die Kamera ausrichten neu. So, ich mache den Herd schön heiß. Den mache ich natürlich schön heiß und habe da ordentlich Öl reingetan zum ausbraten. Und dann brauche ich natürlich erstmal einen Teller für meine fertige Spieße. So, ich glaube, dieses Warmhalten, das mache ich mal hier hinten. So, das gefällt mir besser. Okay, dann können wir hier gleich mal anfangen. Ich bin gespannt, wie das mit dem Anbraten klappt. Ich nehme mal lieber, weil ich schon ahne, dass es nicht so einfach ist, die zu drehen. Zwei Gabeln lege ich mir hier schon mal hin. Aber wir werden sehen. Ah, das muss noch ein bisschen heiß werden. So ist das noch nicht gut. Und ich muss mal die Haube hier mal anmachen. Kleines bisschen. Ich bin sehr gespannt. Also man hat ja gesehen im Zeitraffer dann nachher, dass es zum Ende hin echt schwierig wurde, diese Spieße zu bestücken, weil das Fleisch unten weiterhin in der Marinade noch ein bisschen tiefer drin lag und das noch weicher wurde und sapschicker sozusagen. Es war schwer aufzuspießen somit, aber es ging. Also ich denke, ist es mir ganz gut gelungen. So, jetzt ist es heiß genug. Dann tun wir mal die ersten Spieße rein. Oh ja, das zischt aber schön. Schade, dass es keine Art Geruchs-Firmsen oder Geruchsvideo gibt, weil das riecht einfach ganz richtig. Und hinten noch diese die Erdenaussoße, die duftet auch für sich jetzt schon so da. Total lecker. So, ich bin ja mal gespannt, wie sich die denn gleich brennen lassen. Aber es sieht ja so schon mal lecker aus. Auf jeden Fall. Da ist ein Show-Effekt dabei. Ich denke mal, dass es eine schöne Vorspeise auch sein kann, wenn man jetzt so mehrere Gängemenü macht, so ein asiatisches. Gerade so schön mit diesen Gurkenwürfeln dazu und dem Dip. Und dann macht man als Hauptspeise was mit diesem Srimpfleisch-Gericht, was ich da schon mal in einem Film gemacht habe. Das stelle ich mir richtig gut vor. Und zum Nachtisch kann man dann, ja, vielleicht ein bisschen Vanilleeis reichen mit Mangostreifen. Und man macht dann noch vielleicht noch so eine fruchtige Soße dazu. Püriert ein paar Timbeeren. Da kann man schon ein schönes Menü dann zusammenstellen so. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen zurückgegangen, weil das sehr fritzt. Aber ich denke, wir können es gleich einmal wenden. Ja, ich glaube ja gut. Besser als ich es gedacht habe. Ich. 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 Ich.